Der Tower of Power, gefilmt mit dem Sony Xperia 1 Mark IV. Der ist jetzt im Express-Freezer-Modus. Hier. Na, wo ist es denn? Ah, da ist es. So, und jetzt, Achtung. Guck, Guck. Hehehe. Das ist eine Tür. Ja, eine Tür. Na, wie geht das jetzt mit zwei? Äh. Das ist eine Tür. Ich fuhre.